Also ich präsentiere euch hier mal den Hammer-Film von Keishore. Das ist eine Displayfolie für das iPhone 5 und 5s. Gibt es auch für iPad Air und iPad Mini. Und ich werde euch demonstrieren, dass diese Folie selbst den Hammerschlag aushält. Wir haben hier ein ganz normales iPhone. Und ihr seht absolut nichts am Display. Hält wie gesagt einen Hammerschlag aus, deswegen der Hammer-Film von Keishore. Absolut top. Und ihr bekommt sie natürlich im Brandstore in Bielefeld.